Ich gebe mir einen kleinen Augenblick, ich muss erstmal gucken, ob unser Stream denn jetzt läuft. Wir sind nach wie vor selber ein Zuppermeld. Das wird auch immer so gut. Also ich bin auf jeden Fall live anscheinend. So, man... Jetzt auf einmal hält sich die Klappe. Ich muss erstmal gucken, ob unser Stream denn ist. Ich bin ja so schüchtern, ich sag nix mehr. Also ich bin auf jeden Fall live anscheinend. Warte doch mal drin. Also ich wüsste jetzt auch nicht welchen Modus. Tornado, Wechselmannschaft, Online... Ja, wir müssen online, glaube ich. Nein, das war nicht. Das war nicht? Ich glaube schon. Ich bin ja so schüchtern, ich sag nix mehr. Haha. Ihr seid zu hören im Stream. Herzlich willkommen alle zusammen. Jetzt geht's los. Wir spielen Head Snatchers. Vier Player, Mann. Leider bin ich heute nicht zu sehen. Das wird in den nächsten Tagen eingerichtet. Ich hatte jetzt noch ein bisschen Stress im Kopf und jetzt geht's irgendwie wieder weiter. Ich muss noch eine Brille suchen. Ich muss mir noch einen Kopf erstellen. Wir müssen uns alle noch kennenlernen. Und lieben lernen und loving down the house. Und wo ist denn meine Brille? Da hinter der Schale. Hinter welcher Schale? Hallo Mel. Hallo Gino. Hallo Alex. Hallo Gino. Hallo Miley. Hey. Die man nicht hört. Doch, man hört dich. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wo sind wir stehen geblieben? Wir wollten zocken. Wir wollten zocken. Ähm, bevor wir jetzt zocken können, muss ich denn jetzt erstmal einen Kopf erstellen oder können wir schon mal online gehen? Es gibt auch vorgefertigte Kopfe. Mit Freunden spielen. Steam Overlay benötigt. So, Freunde einladen. Steam Overlay benötigt. Ja, das funktioniert ja gut. Hab ich ja schön ausgestellt. Also, müssen wir das nochmal anstellen. Ach, da muss man gedrückt halten. Okay. Dann seht ihr nochmal meinen schönen Desktop. Ganz toll. Schaut euch das an. Ähm, was wir wollen ist, einmal in Steam. In den Einstellungen, das Steam Overlay wieder aktivieren. Weil ohne Steam Overlay können wir nicht zusammen zocken. Oberfläche. Wo ist das hier? Kannst das sehen? Steam. Steam. Steam Overlay. Steam Overlay. Im Spiel. Steam Overlay. Im Spiel. Activaten. So. Haben wir das. Drücken wir nochmal auf Spielen. Wir sind alle überfordert. Wir sind alle überfordert. Mach dir nichts raus. Ich bin schon nah, aber alle nicht schön. Ich kann mich nicht einfach. Ich kann mich nicht einfach. Wir sind alle überfordert. Wir sind alle überfordert. Wir sind alle überfordert. Ja, ich kann mich nicht einfach auf das Steam Overlay. Wir sind alle überfordert. hier jetzt lade ich euch ein das müsstest du vielleicht doch noch mal anstellen einmal mit der rutsch kein stress da, guck mal, da ist die erste schon drin äh, fresh aber wo ist denn mein kopf? nach oben drücken, leertaste und dann, oder bestätigen und dann kannst du den kopf aussuchen ihr, ihr lieben mach ich erst mal nen kopf? wollen wir uns nicht erst mal alle nen kopf verstellen, oder wie ist das? ich hab schon nen kopf ja, ich nicht erstellt euch ruhig nen kopf mach ich jetzt auch erstell mich Meini wo muss ich hin, um mir nen kopf zu achten? ja help me zuse kopfverstellung, da steht's ja sogar neuer kopf neuer kopf, das hört sich ja an wenn du batterien brauchst, sagst du Scheiße wenn du batterien brauchst, sag Bescheid wenn ich Vitalin weiß nicht, wo ich Batterien brauche genau hingucken manche haben Nasen, manche nicht manche haben dicken Kopf das ist normalerweise halt so er ist droben, er ist droben, er ist droben er ist droben aber noch seh ich nix, ne? nein, noch seh ich noch Alter, was ist das? Herr Snatchers, live nehm ich nen Zyklop nehm ich nen Zyklop ja Dino, achte drauf, wenn du zwei Augen haben möchtest und eine Nase das sind immer so abgebildet in den Köpfen ja was du da nutzen kannst und was nicht ok, danke dann nehmen wir mal ist das schlimm, wenn man in Steam rülpst? oder macht man sowas? ne, nicht in Steam, sondern im Stream also also mir persönlich ist das ups egal mir ups ups egal dann pupsen wir lieber 50, 50, ja mein Kopf ist ein Peniskopf, ja ich hab eine Dildo Nase Farbe 1 guck mal hier nein, ich hab nur die Dildo Nase und natürlich auch in schwarz gemacht so kann man das für Tieren hier Farbe haben wir Blacky Haare jetzt gehts weiter scheiße, was ist er denn für einer, alter der ist geil, ey ich hab meine Haare schon gefunden und mach nochmal aus und nochmal an das Game nochmal aus und nochmal an machen das Game nochmal aus und nochmal an machen ne, ich glaube, ich glaube der ist ja auch scheiße, alter das ist die, der ist ja nicht allgemein das ist doch ich hab mein Kopf Alter das ist nicht mehr komisch gibt's denn auch ein Vagina-Kopf? ja, ne, ich hab glaube ich schon meine Frisur gleich am Anfang gefunden das war gleich die erste, die ist so scheiße, dass ich sie richtig gut finde haben wir auch die Haare ja, Haarfarbe nice du kannst alle Farben ändern Farbe 2 du kannst nochmal wieder zurückgehen die Sachen haben ja die sind ja noch eingestellt hier Farbe 3 machen wir nochmal Farbe 1 das ist ja geil, oder? das kann doch scheiße sein, das Spiel das kann doch scheiße sein, das Spiel ok, Farbe gefällt mir auch super guck mal hier das ist geil Augen was ist das denn, alter ey, desto dümmer, desto besser finde ich das warum ist das so? weil das so sein muss bei solchen Spielen ich hab grad echt nur ein bisschen scheinen ich würde sagen, da ist bestimmt irgendwas passiert in meinem in meinem egal was passiert ist danke Leute ich hab irgendwas gehört irgendwas ist passiert ob mich einer abonniert hat oder sonst irgendwas oder mich einer hasst aber auf jeden Fall ist irgendwas passiert das war ich ich bin hier gefollowed und so ehrlich das funktioniert geil, man ist das geil echt, ey sieht ja richtig doof aus ich bin jetzt ein Gino Stalker ein Gino Stalker ja ist gut ist gut ist gut mich kann man auch stalken gibt nicht viel zu sehen aber das was zu sehen gibt das ist schon oh deine Augen sind sehr merkwürdig ich finde die super die schlabbern so ein bisschen die schlabbern so ein bisschen das muss hier überall erstmal alles verstehen in welche Richtung er hier was Alter was ist das hihihi hihihi head snatching snatch snatches auf jeden Fall wenn dieses Geräusch kommt Schatz dann wissen wir irgendeiner muss uns abonniert haben und das wird auch groß angezeigt also abonniert nicht follow follow ja fast das gleiche abonnieren kann man mich nicht weil ich nicht im twitch prime mitglied bin glaube ich muss mal ein stückchen stückchen von meinem kaffee trinken ich bin auch kaffee schiff mal durch die leitung ich habe so bock auf kaffee echt war ich nehme die die sehen scheiße aus weil die scheiße aus dem ich finde ich auch tatsächlich ich habe eine red harry putzi ja ich sehe schon du musst gleich mal schauen wie schön sich meine euglein im wind bewegen ich sehe das schon ich habe den stream laufen ich bin ja neugierig was du da machst kann ich mir vorstellen so nase weiter geht's nasenhase gibt es bestimmt noch nasenhaare oder ich glaube nicht aber die vierte reihe die dritte nase alter ich habe meine nase gefunden da gibt es noch eine bessere warte mal ich sehe es schon schei's ek genau die hier echt herrlich alter schat ah schüssen ach du hast den stream aufgelaufen? ok ahjaa hier ey ne antennenause guck mal hier Ey, wie dumm ist das denn, Alter? Was waren das für Leute, die sich das einfallen lassen haben? Was waren? Was denn? Hier! Das ist doch die richtige Penisnase. Das ist eine Dele-Nase, die nehme ich. Ja, genau die habe ich. Die nehme ich auch. In schwarz. Vielleicht ist grau besser in dem Zusammenhang, in meiner Farbwahl. Dann sieht man die Nase ein wenig besser. Bestätigend. Ohren. Haben wir auch noch. Ja, gut. Man muss jetzt natürlich gucken, wie das passt am besten. Dass es das passt. Aha, hier. Ey, man sieht ja richtig dumm aus hinterher. Ich glaube, das ist der Sinn des Spiels. Ich glaube auch, ja. Kleine Hörner, ach wie niedlich, Mensch. Guckst du dir an. Was wir uns auf jeden Fall auch noch holen, ist Pummelparty. Ja, das ist auch ganz cool, ne? Ja. Können wir auch jetzt. Hier, guck mal. Das ist geil, Alter. Ich habe meine Haare, meine Ohren gefunden. Ich sehe richtig scheiße aus. Nein, ich werde nicht mehr. Sorry, wenn ich noch ein bisschen Husten habe. Ich habe noch ein bisschen Husten aus Houston mitgebracht. Mund. Das holt man sich so bei Ärzten. Ja, ich habe auch wirklich das Gefühl, na, als, als, naja, ich will jetzt hier nicht im Fernsehen, na ja, hier in der Öffentlichkeit, wo uns jeder hören und sehen kann, die ganze Welt, ähm, komische Vermutungen aufstellen. Ja. Sonst kommt da vielleicht noch irgendeiner um die Ecke vom Geheimdienst. Und dann gibt es Ärger. Ja. Gott, sieht der scheiße aus. Alter, da ist Wade am Mund. Da. Hier, Mann. Den nehme ich gesaved. Ja, 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 ja. So. Gesichtsbehaarung. Auch noch. Entschuldigung. Ähm. Ja, das sieht ja eher aus wie ein Kropfen, ey. Ja, auch nicht schlecht. Aber die bewegen sich nicht. Sie müssen sich mit bewegen im Wind. Und außerdem müssen die Haare meine Nase vor Corona-Viren schützen. Äh. Wozu hast du die Maske? Stimmt. Hast ja recht. Geil. Geil, das scheiß Ding. Hier, Mann. Hier, Mann. Ich hab den richtigen. Ich hab ihn. Die waren mir immer ganz schnell. Guck mal, das muss besonders dumm aussehen. Bestätigstens. Accessoires oben. Na, was das wohl ist. Kochmütze? Nee. Gibt's auch ne Eismann-Mütze? Alter. Das ist auch nicht schlecht hier. Das gefällt mir gut. Oh, ja. Oh, yes, baby. Geil, ich kann meinem Gehirn ne Farbe geben. Ich kann meinem Gehirn ne Farbe geben. Leute. Und ich finde, mein Gehirn kriegt ne ganz andere Farbe als das, was man sich vorstellt. Ich wollte meinen Namen im Übrigen in Zukunft von Genova in Psycho-Bernie umbenennen. Dass ich dann feststellen musste, passt nicht ganz, wenn's dann doch was anderes ist. Also können wir Stuhl tauschen. Können wir was tauschen? Können wir Stuhl tauschen. Und Geld, mit wem du willst, verraten. Ich seh echt doof aus. Du, der Arschchen. Nein, mein Rüchen. Der Arschchen. Ach, das war im Mittel. Kann man machen. Kann man machen. Muss man nicht. Wenn ich ein bisschen sterbend klinge, macht euch nix draus. Das ist in der letzten Zeit normal bei dir. Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Es gab ne Zeit in meinem Leben, da klang ich auch sterbend. Ein Einhorn. Bin nicht so ein Einhorn-Fan, aber in dem Fall finde ich das so scheiße, dass ich das haben muss. Accessoires unten, oh, was es da wirklich gibt. Dann mach ich aber, ich mach das, glaub ich, so rum. Oh, der ist doch schöner. Oh, Harry. WB. Wir haben mal eben Stühle getauscht. Jo, manchmal muss man. So, bestätigen. Speichern und verlassen. Mein Kopf ist auf jeden Fall fertig. Nein. Nein, wir haben wie viel Zeit? So, Kopf bearbeiten. Dann haben wir das. Dann kann ich ja schon mal langsam wieder Einladungen verschicken. Aber ganz langsam. Ganz langsam. Aber wir müssen bei Miley noch das Steam-Overlay aktivieren. Dann muss Miley noch einmal das Spiel verlassen. Und dann geht's los. Aber euch kann ich schon mal einladen. Wen haben wir denn hier? A liar. Nein. Bloody Rookie in town. Grandpa, der hat das auch. Virginia Lair last. Ralf spielt das auch anscheinend. Dann geht's schon wie von alleine. Und wie wähle ich jetzt meinen Kopf aus oder kommt das dann ja später? Nach oben und dann bestätigen. Ja, bestätigen. Wieso heiße ich jetzt zweimal im Bade-Rookie? Aber ich sehe eure Körper auch noch nicht. Oh, Entschuldigung. Was ist jetzt los? Ich habe dir eine die Fresse gehauen. Du, mir? Ja. Sehe ich noch gar nicht. Wie? Ach, hier habe ich eine die Fresse gehauen. Warum heißt sie Ginoma? Bei mir steht auch zweimal Bade-Rookie. Ach so. Bei mir steht zweimal Ginoma. Was ist das hier? Komisch, komisch. Komisch, komisch. Weitere. Das heißt oben. To select a costume hat. So. Wo sind denn meine Kostüme? Nein, du musst nach oben drücken. Ja. Genau, und jetzt drückst du bestätigen. Hab ich. Okay. Ja? Da muss ich dann so ein kleines Bild. Ja, genau. Kann ich denn jetzt noch mal Lien nachladen? Geht mir das. Geht mir das. Die können ja auch feißen. Geht gleich weiter. Ich muss dann doch noch mal eine kleine Kleinigkeit einstellen. Ich habe gedacht, dass das doch so reinhaut. Geht mir das, dass das so reinhaut. So, das Spiel wird einmal neu gestartet. Was jetzt noch mal interessant ist, ist auf jeden Fall. Mein Spiel startet gerade auch nochmal neu, weil ich die Auflösung umgeändert habe. Und von Qualitätsstufe auf, von hoch auf episch. Ne, ich bin jetzt erstmal von episch wieder runter, weil ich ja streame und das ist... Das wissen wir ja, dass unser XSplit Broadcaster oder Gamecaster leider Gottes doch zu viele Frames klaut, weil man nicht einen mega geilen Rechner zu Hause stellt hat. Den habe ich leider nicht, weil ich bin ein armer Mensch. Na, ich meine, das ist auch nicht so mega, aber ich reize ihn immer aus. Ja, ich auch. Das wird es ja nicht ruckeln, ne? Aber, ein kleiner Tipp an unsere Leute da draußen. Es gibt hier einen Task in euren Taskmaster, der heißt WMI Provider Host. Den könnt ihr problemlos kicken, der klaut euch manchmal bis zu 40% eurer CPU-Performance. Ähm, hier ist er, schwuppdiwupp, einmal weg. Was auch uninteressant ist, ist die Xbox Game Bar, kann man auch einfach mal weghauen und your phone, also ganz ehrlich, als ob ich irgendein Telefon an meinem PC angeschlossen hätte oder sowas. Weg. So. Und ab jetzt sollte es doch schon mal viel besser laufen. Suche nach Match. So. So, 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 so. Weiter jetzt. Dann werden wir euch nochmal einladen, ihr Lieben. Alles schön. Bloody Rookie. So. Virginia Last. Oh, mach ganz locker. Kein Stress. Wir hatten jetzt schon so viel Spaß beim Kopf erstellen. Also, da muss ich nochmal vom Kaffee schlucken. diesen Tab kann ich doch über die Playstation App einfach mal aus Spaß dann da einschicken du hast bei mir jetzt Not Found wie haust du denn zu? mit X also ich dash das nur nach vorne also bei mir das X bei dir ist es dann keine Ahnung ich hab ja ein Pad möchtest du denn ein Playstation Pad holen? die Mucke ist ja auch lustig oder? ja 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 mal direkt Gitarre zu spielen oder? ja 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 Warte mal, ich muss jetzt erst mal überlegen, was geht denn hier überhaupt? Kann ich dich in den Korb schmeißen? Ich weiß nicht, also ich kann so nach vorne dashen, Alter, der hat mir meinen Kopf geklaut! Wie hast du mir jetzt den Kopf geklaut, Schatz? Ich hab K gerückt. Na hier, geh doch zu deinem Kopf hin, der liegt doch hier. Ach so, kann ich dashen, okay, wenn ich L drücke, dann dash ich so ein bisschen. Können wir sie da aufsetzen? Ich hab mal! Ja! Läuft der Stream noch? Ja? Okay! Komm mal! Und, 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 und! Ja! 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 Wie kann ich den denn wieder nehmen? Jetzt boxt du so in deinem Kopf! Ich bin ja eh nicht so, da lebt ein bisschen. Ja! 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 Naja! Ah okay, man muss erst bewusstlos machen und dann kann man den Kopf klauen oder was? Ohne Scheiße. Du heisst bei mir, we are not found. Wer? Melody. Wie heiss ich? Nicht gefunden. Virginio Less. Niemals. NIE... 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 Das ist irgendwie voll albern. Du hast den Kopf aufgesetzt und dann haben wir gewechselt. Wer hat was gewechselt? Gino hat meinen Kopf aufgesetzt und in dem Moment war der Körper getauscht. Okay. Komisch. Da. So. New Era. Willst du auch mit rein? Hast du dein Steam Overlay on? Okay, passt auf, wir müssen jetzt irgendwie die Meilin da, Freunde einladen. Liar. Come on, Baby. Come to us. Oh, nochmal noch Found. Was ist das? Oh, fast nicht mehr. So. Also. Du musst nach oben drücken. Irgendwie. Und jetzt auf Bestätigen, Enter oder was auch immer, wo du bestätigst. Und da kannst du ihn auswählen. So. Ist das denn jetzt hier unser Spielzimmer? Oder wie kommt man jetzt zur Motion? Wie geht das jetzt falsch? Ich hab keine Ahnung. Geil. Oben steht überall bereit. Außer bei mir. Da steht fertig. Das brauche ich auch so, oder? Aber ich brauche. Wir sind überall bereit. Da muss irgendwo muss es einen Start geben oder so. Ähm. Was drücken wir dann mit der Tasten? Womit spielst du denn? Der Maus. Der Maus. Na, die Maus. Was, Mark? Okay. Dann, die Tasten sind W, A, S, D. 1, 2, 3, 4. Leertaste. Und U, I, J, K, L. So, meine Lieben. Wie krieg ich denn nun meinen Kopf wieder? Kann ich ihn irgendwie wieder aufheben? Ja. Mit, ähm. B? Also rechts außen. Also, was ist das? Kreis? Ja! Kreis! Und jetzt drückst du die Taste nochmal. Und dann setzt du ihn auf. Hat er ja schon. Ach, hat er schon. Stimmt, da oben ist Fun. Aber wie kann man das denn starten? Guck mal, ich weiß wie das bei mir noch. Ich bin gleich nochmal da, es tut mir leid. Alex, kannst du einen Host machen zufällig? Ähm, ja, kann ich machen. Das wäre super. Lass du mal einen, bitte. Ah, nein. Das war ein Fall zu bleiben. Ich hoffe, dass das jetzt das Richtige ist, was wir wollen machen. Oh, mein, ja! Äh, was war das? Von Trolltech oder was? Ja. Ich krieg das vor mich auch mit den Tassen, die sonst gehen. Also, bei mir ist es Shift und Tab. Shift? Deswegen. Ja, das ergibt doch Sinn. Das ergibt Sinn. Ja! Head Snatchers! Bin ich jetzt... Hä? Warum ist das jetzt so? Startet er jetzt das Spiel ein zweites Mal? Nein. Hat das nicht funktioniert? Moment! Irgendwas lädt er auf jeden Fall bei mir hier. Du musst doch mal wieder rausgehen eigentlich, wie du dann hast. Und dann, ja. Und dann, ja. Can you play, ist nur übers Handy, Schatz, glaub ich. Also, irgendwie, keine Ahnung. Oder wie… Und dann, ja. Ja. Ähm… Habe ich. Yeah! Und dann auch wieder nach oben drücken. Bestätigen. Yes, baby. Ja, läuft viel besser. Danke. Kann liegen. Na, guck mal, jetzt heißen wir auch alle gleich. Also richtig. So, meine Lieben. Herzlich willkommen. Wir haben es dann jetzt endlich geschafft, nachdem wir unsere Köpfe erstellt haben. Nachdem wir einfach rumgeeiert haben und Mist erzählt haben, sind wir jetzt zumindest soweit, dass wir zu viert Head Snatchers spielen können. Keiner weiß, wie es funktioniert. Keiner weiß, was wir machen müssen. Perfekte Voraussetzungen. Schaut doch einfach mal, wie alle aussehen. Oh, weee. Achtung. Bereit, es krachen zu lassen. Schritt 1. Tritt auf die Schaltfläche, um den Mund des Tempels zu öffnen. Schritt 2. Opfer den Göttern einige Köpfe. Einige Köpfe. Ah, hier sind irgendwelche. Aua. Ich habe nur meinen Kopf geklaut. Warte, warte. Ich glaube das ja wohl nicht. Den hole ich, den hole ich. Okay. Warte, ne. Alter. Irgendwie kann man getroffen werden. Ich habe eine Angst. Ich habe mich gebrochen. Ich bin weg. Ah, ich habe einen Kopf. Ich habe einen Kopf. Ich habe einen Kopf. Warte. Ich glaube ich bin los. Ah, jetzt muss man das sehen. Das ist mal neu. Na ja, scheiße. Also, jetzt mal ganz ruhig. Jetzt lass uns doch mal die Sache auseinander. Hier ist aber... So. Ach, die kann ich wegschmeißen. Äh, was fällt dir eigentlich einsamer? Bring die Köpfe weg. Los. Giss es. Nein. Nein. Nehme meinen Kopf wieder. Ich packe deinen da rein. So nicht. Virginia. Hi. Giss es. Nein. 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 Kommst du nicht hinterher. Ich bin auch tot, glaube ich. Ey. Wie kann man noch ein Sprenger? Fick das hin. Fick das hin. Wo muss denn der Kopfhörer hin? Dreckzauber. Ah, I. Du musst... Oh, okay. Fertigen. Spiel mit Tastatur, ne? Das ist ein Krampf. Bring hier den kasmischen Wesen. Wirf den Kopf durchs Portal. So, was haben wir hier? Ich bin jetzt schon fast tot. Ich habe noch einmal mein Handy angeschlossen. Geil. Was ist das hier? Kann man da was machen? Ui. Äh. Ich glaube, wir brauchen da noch einen kleinen Moment, bis wir das rein. Okay. Habt ihr auch Angst vor der Krake? Da kommt sie. Ich dachte. Ey, komm mal her, komm mal her, komm mal her. So nicht, so nicht. Nein, das darfst du nicht. Da, jetzt. Nein, ja, doch, nein, 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 nein. Ich glaube, ich bin geschlagen. Dann trinke ich noch mal einen Schluck Kaffee und gucke mit so wie das Pärchen miteinander, miteinander so um die. Mit der Kaffee. Das ist für uns. Der ist ja. 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 Ich bin runtergefallen, scheiße. Gieß mit den Köpfen, opa was? Alter, der Text ist immer viel zu schnell weg. Viel zu schnell. Wo bin ich? Scheiße, ich hab Angst. Oho, ich kippen meine Köpfe wieder. Nein, ich krieg das nicht geschnallt, Alter. Wo bin ich denn, der für mich? Ja, das macht die, das macht die. Das ist ja auch irgendwie Sinn und Zweck der Sache. Muss mir den wiederholen. Warte, 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 warte. Lass mir meinen Kopf in Ruhe, ich hab ihn wieder. Geh mir meinen Kopf wieder. Geh mir meinen Kopf wieder, ich hab's auch schon weg. Ich hab mich in Ruhe. Da, ich kann den tragen. Da, bam. Ja, bam. Komm her, ja. Gott, ist das einfach aber geil. Scheiße, ich hab dich, ich hab dich. Nee, du hast mich. Nein! Ja, man! Genie. Wirf die Köpfe deiner Gegner auf ihre Pins. Erreiche einen Strike. Keine Ahnung. Das ist so albern, aber voll geil. Ey, du wirst doch jetzt nicht schon wieder meinen Kopf abgenommen haben. Lass mich doch auch mal hier. Was ist das für... Wenn ich dich kriege, töd ich dich. Ich nehm deine... Ich nehm dir drei Köpfe ab. Das hat wohl nicht... Ah, nein! Scheiße, die hat mir schon wieder meinen Kopf abgenommen. Alter! Nein! Kopf wieder her. Gebt mir den Kopf. Ich krieg den da nicht reingeboren. Ich wirf mal den hin. Nein, der hat mich hoch. Ich hab meinen Kopf wieder. Ich setz dich wieder raus. Ey! Das ist so gemein. Ich mach mir gar nichts noch. Ach. Wie geht das? Ich hab noch einen Fehler. Wie kann man die denn abschießen, die Dinger? Ich weiß nicht, wie man die abschießt. Das muss man vielleicht noch mal mitkriegen. Wie schießt ihr den ab? Ähm, ich mit dem rechten Button hinten. Also Schulterbutton. Also mir wird's angezeigt, kurz bevor ich am Ziel bin. Oh, ich bin tot. Okay. Ich kann nix mehr machen. Meine! 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 Nein! Also mir wird es angezeigt. Ne, wobei, ne. Da wurde es gerade gar nicht angezeigt. In den vorigen Spielen wurde es angezeigt. Mir wird immer nur das K angezeigt. Also zum Abnehmen, aber zum Werfen. Das war schon richtig L, kurz bevor ich in der richtigen Zone bist. Da. Scheiße. Das war's falsche. Du hättest nach unten bis zu dem, äh, Dreieck. Das verstehe ich eben noch nicht. Okay. Alles klar. Du hast dann einen kleinen Pfeil. Wo musst du hin? Und dann... Geh noch hin. Gott ist das lustig, Alter. Was da... Was ist das? Was ist das? Scheiße. Ja, Digger! Nein, Mann! Ist nicht! Warte, 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 was schafft ihr nicht? Herzlichen Glückwunsch. Behalte deinen Kopf bis zur Ziellinie. Wer zuerst drei Runden schafft, gewinnt. Ach du Scheiße. Wo geht's denn hier lang? Bin ich falsch rum oder was? Ich hab meinen Kopf schon verloren. Scheiße. Ich halte es einfach gar nicht mehr. Ja. Nein, ich hab meinen Kopf verloren. Ich auch. Ich hab meinen Kopf wieder. Komm her, du blöder Kopf. Ich glaub ich hab schon verloren. Wo muss mein Kopf gehen? Ich hab meinen Kopf schon wieder verloren. Ich hab meinen Kopf schon wieder verloren. Warte. Wie geht das denn? Ich hab meinen Kopf schon wieder verloren. Au. Wo ist mein Kopf? Wo ist mein Kopf? Ah. Na. Dankeschön. Das war mein Lieb von dir, dass du mir den einfach wieder... Alter. Mein Lieb ist ja zu dem nicht gerade. Ich glaub ich hab die erste Runde geschafft oder so. Ich hab auch meine Runde geschafft. Aber jetzt bring ich immer den Men in mir. Ich hab meinen Kopf wieder verloren. 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 Ja. Nein. Mein Kopf ist schon wieder weg. Immer mit deinem Kopf. Ja. Ja. Geil. Ich glaub ich hab irgendwas geschafft. Wirf dem Schlager einen Kopf zu. Schlager. Lass dich nicht selbst vom Schlager treffen. Äh. 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 Wir haben Schläger. Äh. Wir haben Schläger. Ich werf dir den Kopf zu. Wie auch immer das geht. Wir haben den Schläger weggeworfen. Ach. Den müssen wir uns erstmal nehmen wahrscheinlich. Guck. Jetzt kommt gleich ein Schlag. Pass auf jetzt. Ah. 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 Nein. Warte. Warte. Jetzt. Nein. Scheiße. Ey. 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 So geht das nicht. Komm her hier mit meinem Kopf. Au. Ich töte dich. Auf dem Kopf. Nein. Nein. Meiner. Komm her. Virginia. Virginia. Where are you? Come on. Doch nicht. Alter. Wir sind beide halb tot. Nein. Das ist meiner. Vergiss es. Vergiss es. Ich bin schon wieder halb tot. Ihr seid doch alle verwirrt. Virginia. Ja. Ein Nic. Ein. Ein Nic. Noc. Ja. 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 Ich bin raus. Geil Mann. Ich tauch. Irgendwann. Wenn ich dieses Spiel beherrsche, werde ich euch alle töten. wir haben schon vier zuschauer schön dass ihr da seid keiner weiß was wir machen aber es macht laune auf jeden fall die körper klauen ich habe nicht weggeschwollen die nicht schieben die Da schieb mein Kopf immer wieder weg, der Arsch. Yes. Geiles Ding, Alter. Bloodyhooki sieht ja auch echt nice aus. Lege einen feindlichen Kopf auf ihre Fliese. Wenn die Zeit abgelaufen ist, boom. Okay. Das wird hart. Mel hat es schon wieder auf mich abgesehen. Lauf mir doch hinterher. Nein, na komm. Ich laufe ein bisschen im Kreis. Na komm. Ich komme jetzt von hinten. Pass mal auf. Den hast du keinen Kopf mehr. Ach so. Ich habe auch keinen Kopf mehr. Ich hole den wieder. Ich hole den wieder. Warte. Ich hole den wieder. Das ist echt lustig. Das macht dir Spaß, Alex. Mich so zu verarscht. Ich glaube, den muss man da irgendwie hinliegen. Meiner. Meiner. Welche Farbe habe ich eigentlich? Du, Blau? Red Pussy? Putzi. Nein, Mann. Nein. Ich habe meinen Kopf wieder. Lass mich in Ruhe. Das ist das Alphan. Meiner. Meiner. Nee, doch nicht. Last. Nein. Genial. Last wieder. Immer die. Du willst das so, ja? Komm her. Komm her. Reicht es mir auch. Aua. Kannst du das für dich? Ach so. Shit, Alter. Au. Oh. Oh. Äh. Ich bin dann mal raus. Wo muss ich denn das jetzt ablegen? Hier oder was? Ja. Ich verstehe das nicht. Der Kopf muss auf dieser Plattform dann liegen und dann geht die Zeit runter. Aber auf welche muss ich meine legen? Äh. Blau? Wie lege ich denn das hin? Du musst, ja, da so, also. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das gerade auch nicht, aber. Irgendwann ist das, wenn du einen Kopf in der Hand hast, dann siehst du einen Pfeil, wo du langlaufen musst. Ich weiß nicht mal, wie man die Köpfe abklingt, Alter. Mit? Mit. Kreis? Ja, ich habe die Tasse. Ich weiß nicht. Man kann doch nichts umbelegen, dass ich meine Hände bin. Komm her. Geht nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich den hinlege. Einfach rüberlaufen? Nee, was musst du drücken dann? Ich glaube, auch RB. Okay. Das Spieltab im Pad war, also hinten der Schulterbutton. Lass mich doch mal mal ausprobieren, bitte, Alex. Damit ich das mal rall. So, ja, aber dann setzt er den auf. Nee, das klappt nicht. Dein eigener Kopf. Wenn du meinen Kopf hast. Ja, gib mir den mal. Damit man das mal versteht. Du musst einen gegnerischen Kopf haben, nicht deinen eigenen. Ja, nee, ich will das ja nochmal einmal checken. So nehmen. Da hinlegen. So. Genau. Okay, kannst einsammeln. Hol ihn dir. Ich wollte nochmal wissen, wie es geht im Allgemeinen einmal, weißt du? Ja. Lecker. Booti, 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 booti. Ich habe mal einen gewonnen, benutze die Köpfe als Kanonenkugeln, okay? Weiche gegnerischen Kanonenkugeln aus. Ach du Scheiße, Alter. Was stimmt denn mit euch nicht? Nein! Ich krieg dich. Ich töte dich. Ich bin gleich bei dir. Ich bin hinter dir. Nein, man macht doch sowas nicht. Man macht doch sowas nicht. Alter. Alter, du Blöder. Ich hasse dich. Stachel die Menge an, indem du einen Kopf hochhältst. Wirf den Kopf in die Menge, denn sie liebt das einfach. Vergiss es. Nein! Das ist doch schon wieder Beschiss. Warte, 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 warte. Hm? Hm? Komm schon auf meinen Kopf. Wieso wirkt er den denn nicht? Alter, okay. Jetzt habe ich den Kopf und er wirft den nicht. Komm mal. Virginia. 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 Ist das geil, Alter. Los, werf, werf. Wieso wirkt er denn nicht? Wieso wirkt er denn nicht? Du hast ja 30.000 auf L. Ich auch. Ja, ich auch. Irgendwie. Ich habe die 30.000 auf L. Keine Ahnung. Kriegen wir noch raus. Ich bin auf jeden Fall raus anscheinend. Wie kann man die werfen? Auch mit RB? Ja, man muss mal gucken. Und vielleicht gibt's ja dann irgendwann mal so ein Trainingsmodo oder so. Wir gucken denen jetzt mal zu, wie die das machen. Ich schlürfe nochmal in meinem Kaffee. Wieso kann ich den denn nicht? Ja, wir können nicht ganz fremden werden. Ich verstehe nicht nur so. Alter. Muss man da mal laufen oder so? Ja, anlaufen nehmen. Naja, wenn ihr zu zweit seid, könntet ihr euch das ja mal ausprobieren. Masken. Naja, aber wir beiden sind ja schon raus, also muss das ja irgendwie geklappt haben, oder? Ja, das geht ja auch. Aber was ne geile Bühne, ey. Scheiße. Nein. Wo hast du da die Sitzung abgebrochen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber automatisch. Und jetzt kommt erstmal freigeschaltet, freigeschaltet. Ja. Geil. Was? Eine Stunde haben wir gespielt? Was? Es gibt doch bestimmt noch mehr so Arenen, oder nicht? Ich habe schon Sticker gesammelt. Sticker Sammlung hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Netzt nett. Ich auch. Ich hätte jetzt fast gesagt, bald spielen wir das Spiel Buster Rhymes, aber es heißt ja irgendwie anders. Mel, helf mir auf die Sprünge. Ja. Pummel Party. Ja. 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 Zombie Schloss. Man könnte ja jetzt mal gucken, was das hier so ist. Das war okay. Muss man gedrückt halten. Wechselmannschaft. Olette. Kein Mensch weiß, was das alles ist, ne? Zombie Schloss. Sticker Sammlung. Einfach mittelschwer. Zombie Schloss. Leuchtkopf. Einfach ein Leuchtkopf wo nix dran ist, dann kannst du dich einfach wunderbar erkennen. Hä. Äh, desto heller desto besser, keine Augen, kein gar nix. Eigentlich. Was war's? Hehe. Gelbe. Mach was das nicht. Hm. Äh. Hm. 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 Wie schön, dass wir irgendwann mal mit dem Rauchen aufgehört haben und dieses lasst ja nicht mehr haben. Dafür haben wir andere Laster. Verschiedene Tinniton zum Beispiel. Nennen wir eigentlich die Mehrzahl von Tinnitus Tinnitose. Oder Tinnitän. Ich weiß es nicht. Ich hab' euch jetzt nur ein Auge gefasst. Zyklopen Club? Bist du im Zyklopen Club? Aber du hast recht. Eigentlich könnte ich mir auch noch mal einen erstellen, der einfach leuchtet. Kopfform möglichst groß. Farbe. Möglichst hell würde ich sagen. So. Stilllegen. Naja, gut. Ein paar Augen darf er noch haben. Eins. Mehr gibt's nicht. Ich hab' nur eine Augen drauf. Ich hab' nur eine Augen drauf. Alles sehen. Alles sehen kann. Kurz. Ab K. Eine Minute. So. Ja. Verduschel. So. Zyklowe. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Eine Monobraue? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie krieg das denn? Klient anstoppen. Nö, 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 nö. Lautstärke anpatzen. Wie krieg ich das denn hier wieder weg, dass du hier... Re. Wewe. Dankeschön. Wie krieg das hier hin? Alkohol und Alkohol. Klient enden. Sag mal was. Na ja, pass auf. Ich... Neue Runde? Warte kurz. Machst du dir einen anderen Kopf oder soll ich? Test. Was? Machst du dir einen anderen Kopf oder soll ich? Ich mach mir gerade einen. Okay. Ich bin auch schon fast fertig. Ja, 1, 2. 1, 1, 1, 1. So, ich hab auch schon den Kopf fertig. Mich könnte man einladen. Sonst in Not schon mal. Das ging aber schnell. Wollt gar nicht hin daher. Wollt ich jetzt auch sagen. Ohiuiuiui. Ich arme alte Frau. So, wir nehmen wieder einen unserer altbewährten Superköpfe. Ich kann tanzen. Ich kann tanzen. Ohiuiuiui. Das war's für heute. Out of the road. machen wir den köpfen ein paar viel gut ist der letzte im spiel ja also du musst den erst bewusstlos machen und dann kannst du kopf nehmen so wie jetzt bei mir zu sehen ich wurde bewusstlos gemacht weil ich schon wieder überhaupt nicht wusste wo ich bin also damals also damals seid ihr noch ganz freundlich nein wie habt ihr denn geworfen einfach meiner schrift obwohl ich gar nichts gemacht haben Dich da ist nichts... Scheiße, ich wirf da einfach nicht rein! Der wirf da einfach nicht rein, dann! Ey! Sag mal! Ja, war... Yes! Der war drinne! Der war drinnen! Der war drinne! Ich war auch schon dreimal ab. Ich hab den Kabel drauf verpasst. Der muss da richtig durch rutschen. Nimm doch nicht meinen Kopf dazu, du Arsch! Äh! Das war schon das Richtige. Ja, wo muss ich rein? Wo weiß ich denn? Da hast du immer einen Pfeil, wo der Kopf rein ist. Wir haben alle ein anderes Muster. Mel hat einen Kreis, dann rufst du ihren Kopf wahrscheinlich das Kreis. Welchen Kopf hab ich denn jetzt? Dein? Ja. Und du musst? Ich hab einen Vier-Eck, aber da wo du gerade steht. Ah mein Kopf! Nein! Oh mein Kopf wieder! Ey, Virginia Labs, was ist mit dir? Gib mir mein Kopf zurück! Das ist mein Kopf! So nett! Oh, warte! Komm her, jetzt werdet ihr alle sterben. Mit Vier-Eck? Man! Ich will keiner von euch den hinlegen, und ich will euch klar genug machen. Ah! Töte... Meiner! nein nein das meine ich weiß nicht auf der tastatur wie schlägt man jemanden ja mit dach womit schlägst du ich drück freut sich der dritte oder wie war das ich muss den ersten aufsetzen ich habe mein kopf nur durch die gegend getragen alter freut sich der dritte klingt er mich fast raus dieses meiner ich kriege euch doch nicht ihr habt mich ihr schweine nein hab ihn hab ihn nicht wehe wehe es wagen es dir vergiss es jetzt helft euch gegenseitig hier oder was weil ihr ein paar seid hier zwei gegen 18 das ist das nicht auch in das grüne werken was was von marcel hat er das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja da freut sich immer der dritte sonst alter da rollt noch einer da unten rollt noch einer wo muss der hin wo muss der hin nein das ist doch jetzt nicht ich weiß nicht wie ich die scheiße werf man da auch mit dem shit ja das mache ich die ganze zeit ich versuch's zumindest aber irgendwie ja aber ist das geil ich nehme ich muss immer aufheben meinen eigenen erst mal wie sehr muss mich mein mann hassen alter alter na 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 freut sich der dritte nein ihr schweine habt mich angekerkert ich springe und schieße ja grütt wunsch dankeschön benutze die köpfe als kanonenkugeln wieder zerstöre den anderen turm oh alter ok oah schatz ja ok oah ja keine ahnung du hast gestorben du hast mich nicht zu lange außerhalb du springst oah leiter mitsch klopp euch ich klopp euch ich klopp euch klopfen 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 2 nee mann das ist wrestling lol ich bin schon raus ich hab dich getötet du mal leid ich bin auch raus ich hab dich getötet das tut mal leid ja alles gut hallo 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 wir sind gerade online im streaming ja guck ich mir gerade an spielen head snatchers in the space das ist so lustig das ist so verdammt Nein, er hat mein Kopf! Er hat mein Kopf geschlagen! Ja, ich weiß nicht, dass ihr auf meinem Twitch-Account gerade hinzugefügt habt. Ich hör's gerade! Vielen Dank für den Follow! Ja! Ich hab was gewonnen! Kämpfe dich bis zur Spitze der Torte durch, das ist eigentlich Frauen-Sache und so, ne? Warte, 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 ich bin mit da! Was ist das geiles, Alter? Ich weiß nicht, ich weiß nicht! Die Torte dreht sich, die Torte dreht sich! Ich nehm den Kopf, ich nehm den Kopf, den muss man da vielleicht hochschmeißen! Ne, wie geht denn das? Alter! Digga, was ist hier los? Ich schalte das gerade irgendwie nicht so richtig, aber ich... Gib mir mein Kopf! Nein! Was willst du von mir, ne? Was willst du eigentlich? Was, was, was willst du? Lass mir doch mein Kopf tun! Ich glaub, man muss da irgendwie... Irgendwie drauf und dann wird man hochkatapultiert, ne? Ja, guck mal! Ah, okay! So! Also ich sag mal so, I'm dead! Wieso stehst du da so? Ich bin doch nicht tot! Da hat nur ein anderer meinen Namen! Okay, alles klar, ich bin wir da! So, pass auf, pass auf, pass auf! Den muss ich jetzt kriegen! Hier! Alter! So nicht! Nein! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Ey! Ich töte dich! Pass auf jetzt! Hau ab! 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 Also das war gemein gerade, ne? Das muss ich ja mal sagen, dass ihr hier 18 gegen 1 spielt! 18 gegen 1! Ich hab auf jeden Fall mein Kopf, ich verpiss mich! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Komm da nicht hoch, Mann! Hau ab! Hau ab! So nicht! Toll! Ich bin tot! Nein! Das ist ey! Bloody Rookie! Hahaha! Wir treffen uns wieder! Bloody ist voll der Skiller! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Oh nein! Ich fall doch bestimmt so schon in die Toilette! Ah! Mann! Schatzi! Mein Kopf! Wo ist mein Kopf? Oh! Weißt du, wie kann ein Mann seine Frau nur so sehr hassen? Ich bin ins Toilettenbecken! Ich schwimme im Toilettenbecken! Voll lecker! Hahaha! Warte, komm ja jetzt hier! Ja! Ich bin da auch geschwommen und dann hat mich mein Mann runtergespült! Hey, mach mal das! So! Komm, wir nehmen mal raus, Digga! Ich bin auch runtergespielt, weil ich selber reingesprungen bin, Mann! Scheiße! Das Spiel hat nur Probleme mit der Namensanzeige! Bei mir reingesprungen auch noch Ginoba und Bloody Rookie rum! Ja, bei mir spielen Bloody Rookie und Bloody Rookie! Oh, auch nicht schlecht! Ja, ne? Also da hat auf jeden Fall das Spiel Headsnatchers noch ein bisschen Verbesserungsbedarf! Ja! Was die Synchronisation der Daten angeht oder was weiß ich was! Auf jeden Fall ist es ein lustiges Spiel! Ich freue mich auch, wenn ich sowas sehe, tatsächlich auf das andere! Mel, helf mir! Wie heißt es? Pummel-Party! Das wird so episch! Pummel-Party! 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 Das wird richtig episch! Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was wir machen müssen! Nicht drauf geachtet von... Alter! Warum immer ich? Bloß wenn ich pink bin oder was? Oh, ich bin raus! Schatzi! Hast du gerade dieses liebende Schatzi gehört? Wo musst du rein? Das sage ich dir nicht! Welche Farbe hast du? Mit Gelb? Alter, musst du doch wahrscheinlich ins Gelbe, ne? Nee, du musst auch das Zeichen unter mir an! Der Meisten zeichnet der Fail-Other-Kommer-Ding-Mauf-Mein! Du hast ein Viereck, ja, aber da musst du doch ein Gelb rein. Nein! Digga! So nicht. Alter! Nein! Los, rein damit! Digga! Drücke um Energiekerne zu öffnen. Wirf Köpfe in die Energiekerne. Okay. Ich bin an der Leiter irgendwie hängen geblieben, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich das noch nicht so ganz gerallt, wo ich bin hier. Nee, Mann! Ich bin tot. Ich bin tot. Weißt du zufällig wo meine Brille ist? Alter! Ja! Hier geht noch eine Leiter hoch, okay. Bin schon raus. Müsste ja irgendwie, ja, siehste. Machen wir noch eine Runde gleich oder wann? Ja, voll lustig. Setz gegnerische Köpfe auf die Statuen. Nicht aufschießen lassen. Ach du Scheiße. Ja. Welche Köpfe muss denn das hier auch? Welche starten? Gino war es raus. Bitschfreund, Bitschfreund. Du blöde Kuh. Glaub nicht. Ja, ich hab dich nochmal geschlagen. Ich springe auf das Timing, um den Deckel nicht zu treffen. Ach du Scheiße. Achso, ich hab... Ja, ich... Ach, nimm meinen Kopf! Du Arsch! Mel! Ja? Dein Mann ist nicht in Ordnung. Und du gerade auch nicht. Lass meinen Kopf in Ruhe! Lass meinen Kopf in Ruhe! Lass meinen Kopf in Ruhe! Vergiss es! Vergiss es! Vergiss es! Vergiss es! Vergiss es! Nein! Nein! Ja, Mann! Ja, Mann! Nein! Die Zunge, Alter! Ich bin zu Ende! Ich bin zu Ende! Oh nein! Hier sind wir wieder! Hier ist wieder der Erste, der abkackt! Oh! 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 Das ist doch Scheiße! Muss man das nicht? Ich verstehe das. Und wenn man so ganz auch mal... Ja! Nein! Um Leute überhaupt mitzuhauen, das gehe ich noch mal irgendwie gar nicht so genau an. Okay. Weiter geht's! Los! Wirf die Köpfe deiner Gegner auf ihre Pins! Erreiche einen Strike! Ach, schon wieder! Ja! Irgendwie habe ich hier ein Menü und ich kann das nicht abbrechen. Warum nicht? Was ist das? Weiß ich nicht, dass du ein Menü hast? Jetzt! Okay! Bin wieder da! Oh! Ich bin jetzt... Ah! Oh. Nein, Mann! Äh, 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 äh. Hey! Yes! Scheiße! Lass die Köpfe rollen! Ich krieg das immer irgendwie nicht hin, äh, die Leute umzuhauen. Ich versteh das nicht. Du musst anchargen! Du bist ein Kriegermann, du kannst das! Na komm komm komm! Nein! Ja, aber... Und jetzt B drü- also Knopf drü- genau. Wohin? Jetzt die Schulter drü- ja. Okay. Ja, ne noch. Ja. Glückwunsch! Stachele die Menge an, den mein Kopf hochhält. Kopf in die Menge. Jetzt haben wir den wieder. Mal gucken, ob wir das dieses Mal verstehen. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Oh, das ist echt ne? Ich mach mal. Ich mach noch. Los, serv ihn doch mal dahin, Alter! Warum willst du denn были nicht hin? Er hält ihn nur hoch die ganze Zeit. Keine Ahnung. Was ist das? RB sagt er die ganze Zeit. Aber mach ich doch die ganze Zeit. Was soll das? Der wirft nicht. Keine Ahnung was das soll. Der wirft nicht. Keine Ahnung was das soll. Behalte deinen Kopf. Oh schon wieder. Ja. Ja. Ey Digga, 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 Matos. Was ist denn du mein Kopf? Oh mein Kopf hat sich vom Körper ganz weit getrennt. Mein Kopf ist ohne mich über die Ziellinie. Oh mein Kopf. Oh Mensch. Wie auch schon. Der wirft nicht zu haben. Wie geht's schon. ohne mich erlangen ja mann Pore schießen. Yes. Ja, ja, ja. Kommen alle, ja, ja, ja. Versucht. Alle heißen Bloody Rookie bei mir. Das ist richtig geil. Ja, mir auch. Mein Kopf ist weg. Geht nur mein Kopf. Oh, schon wieder das mit den Fliesen. Das ist auch geil, ja. Aber dann versteht man das irgendwann, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, geht es eigentlich noch. Ja. Ey, du Arsch. Meine Güte. Kannst du nicht deine eigene Frau schlagen? Mach da auch noch. Lack. Lack. Nein. Okay, jetzt auch rein. Man hat mich geschlagen. So, was das ist. Du hast die Augenhabe. Nein. Jetzt nehm ich meinen Kopf wieder. Das ist vielleicht noch ein Stück fern. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, mein Gott. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ich bin gleich mit hochgesprochen. Wo? Das ist so gerade ein Geld. Kein Scheiß. Oh. Boah, Alter. Ja, mehr Glück als Verstand, der Typ. Ich habe die Lücke an. Nein! Alter! Nein, der ist weggebrochen. Das ist so lustig. Das ist so lustig. Nein! So. Ja, Gino hat was gewonnen. Ich habe auch mal was geschafft. Gino, lass das. Du, ich habe doch selber meine Probleme. Toll. Ich bin schon wieder tot. Boah, jetzt hatte ich gerade mal was. Du hast die Kino. Du hast die Kino. Ab mit dem Kopf. Das ist wieder geil. Kein Wartenreiß. Oh, mein Rücken. Ich müsste so langsam wieder vom Rechner weg, weil ich kann nicht mehr sitzen. Ja, liebe Leute. Wir machen jetzt einen Cut. War lustig auf jeden Fall. Head Snatchers live, vier Personen mal. Lustige Sache auf jeden Fall. Kleine Pause, weil wir sind alle krank und gepeinigt. Und ja, wir schauen mal, was noch so geht. Der nächste Stream kommt auf jeden Fall bald. Gucken, welches Game wir dann zocken. Ja, danke fürs Zugucken auf jeden Fall. Und fürs Spielen und für alles. Und ja. Spiele für fünf Stunden. Jetzt haben wir eigentlich nur fünf Stunden das Geld. Ja. Dankeschön. Wiedersehen.